Das erste Lied, das sind Pranams, wer die kann, ist herzlich eingeladen, sie mitzusingen. Mit diesem Tafak, Gana, Ragnatam Vitaam, Dthatam, Saacivam, Sarvetam, Savatutam, Parichyana Sahitam, Krishna Chaitanadevaam, Siratha-Krishna Padam, Sahagana Lalita Sivasarana, Vitaam Scham, Mukampa Rotti-Vacaram, Pumalangayate Girin, Yadripadaam, Vada Mahamvandeshi Gurudina Dharinam. Maum Vishnu Badaya Divya Khyana Pratahite. Srimati Paramatveti Svamir Nasi Upine. Sharanagata Bhaktapai Suda Bhakti Vidahine. Vissuda Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine. Maum Vishnu Badaya Krishna Presdhaya Bhutale. Srimati Bhaktivedanta Svamir Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prataharine. Nivisesa Sunavadi Bhashadhyade Zadarine. Namo Mahalanda Naya Krishna Prema Pratahite. Kishnaya Krishna Chaitana Namne Gurudvise Namaha. Namo Gopramanaya Divayogo Gopramanahitaya Cha. Namo Gopramanaya Chakatitaya Kishnaya Bogindaya Namona Mahal. Namo Gopramanaya Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare. Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Das ist das Wichtigste. Amen. 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 Wenn wir diese Mantras singen, so sollten wir dies in gleicher Weise tun, wie ein kleines hilfloses Kind schreit, wenn es ihre Mutter auch nur einen Moment aus den Augen verloren hat. Amen. Wir sollten so laut und voller Tränen und Schmerz im Herzen nach ihr schreien, dass sie uns Ja hört und sofort wieder zu uns zurückkehrt und uns in die Arme schließt. Das ist die Haltung oder die Gemütstimmung, in der wir diese Mantras singen sollen. Der Herr, also Shri Ladorani, offenbart sich denjenigen, der für diese Mantra in voller Ernsthaftigkeit freudvoll und aus tiefem Herzen heraus singt. Das ist jetzt Motivation. Wir bleiben gleich auf der ersten Seite. Heute haben wir ein spezielles Bild mitgebracht. Heute ist Vollmond. Nicht nur unser Herr Jesus Christus wurde heute ans Kreuz geschlagen, sondern dieser Balaram, Krishnas Bruder, ans Tier mit den Kopis im Brindavan. Und Ram, Palaram, wenn ich mal wissen, zweites Lied, um Palaram auch Ehre zu machen. Natürlich Shri Ram und also Palaram, um Ehre zu erweisen. Aber Du schisst, der St. 7, 3. Wir bleiben gleich auf der nächsten Seite. Aber Du bist du schuld, das ist ein halberes Wort, also Palaus Disney. Der Herr, also Palaus, das ist ein halberes Wort. ZANG EN MUZIEK 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 Musik 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 Heiko Vinda, Heiko Pai. Heiko Vinda, Heiko Pai. Kishabamadha Vani Natayay. 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 Kishabamadha Vani Natayayay. Kishabamadha Vani Natayay. Kishabamadha Vani Natayay. Kishabamadha Vani Natayayay. Kishabamadha Vani Natayayay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er machte sich ganz plötzlich von Katwa auf den Weg nach Vrindavan. Nahe den Ufern der Ganges betrat er einen Dschungel und dachte, jetzt ist es meine Pflicht nach Vrindavan so schnell wie möglich zu kommen, um dort an einem einsamen Ort zu sitzen und die heiligen Namen Krishnas zu singen und zu lobpreisen. So erhielt es Ritjitanya Mahaprabhu Vrindavan entgegen und betrat noch vor dem Abend den Dschungel. Miteinanderprabhu und die anderen Gefährten hinter ihm her. Während er so dahin lief, geschah es immer wieder, dass er plötzlich in seiner Ekstase, plötzlich fiel er laut schreiend zu Boden und schrie, Krishna, Krishna. Und wenn er dann mit abrupt aufstand, begann er erneut zu laufen, ohne eine ersichtliche Richtung einzuschlagen. Nach Norden, Osten, Westen, Süden. Dann wiederum lief er so rasch davon, dass seine Gefährten ihn nicht mehr aufspüren konnten. Vor allem des Nachts, wenn sie in der Dunkelheit ihn verloren hatten. Dann waren sie alle enttäuscht und dachten, Mahaprabhu, unser Herr und Meister, er hat uns verlassen. Doch dann hörten sie plötzlich wieder von weit her, in einem herzzerreißenden, kummervollen Tonfall. Krishna, Krishna. Dann rannten sie in diese Richtung und sahen ihn wieder auf dem Boden liegen und weinen. Und er lamentiert dieses Lied. Mahaprabhu. Und da habe ich versucht, eine deutsche Übersetzung zu kriegen. Und wer Chaitanya Mahaprabhu, vielleicht gibt es eine Ausnahme hier, nicht kennt er es einfach, die Repräsentation von Radha und Krishna in einer Person. Und er zeigt uns die perfekte Art, dem göttlichen Paar zu dienen. Eben in dieser Haltung, wie wir zuerst gesagt haben, wenn ich meine Mutter auch nur eine Sekunde aus dem Augen verloren habe, ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Arme nimmt. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Und was soll ich tun? Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Und was soll ich tun? Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Und was soll ich tun? Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Ich schreie so lange, bis sie mich wieder in die Richtung. Musik 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 Eine schöne Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe, die die Kraft der Mantren heute präsentieren soll. Eine ähnliche Geschichte, die wir beim ersten Mal erzählt haben, das ist eine sehr ähnliche Geschichte. Ein alter Bettelmönch machte jeden Morgen seine Paligrahm, seine Gebetsrunde, die ihm unter anderem auch einen großen, brundvollen Tempel vorbeiführte. Der Tempelvorsteher beobachtete den Saden für lange Zeit, Tag für Tag und sah, dass Sri Krishna selbst ihn begleitet wurde. Schließlich rief er ihn eines Morgens zu Sieg und fragte, was er denn während seines Spazierganges denn da so spricht. Der alte Mann erklärte dem Mahantar, ganz große Seele auch, der einen speziellen Blick für Dinge hatte, dass er immer nur ein Gebet wiederholte und nannte ihm auch den Mantren. Der Vorsteher, der auch sehr bewandert in den Schriften war, kannte dieses Mantra natürlich ebenfalls und bemerkte, dass er dieses Mantra falsch wiederholte. Also, lernte er ihm sofort dies zu korrigieren, um es von nun an richtig auszusprechen und entließ ihn wieder. Am nächsten Morgen wartete der Vorsteher wieder auf den Bettelmönch und sah mit Erstaunen und Schränken zugleich, dass Sri Krishna den alten Mann nicht mehr begleitete. Dann rief er ihn wieder zu sich und fragte streng, was er denn nun für ein Mantra sprach. Und Baba rezidierte ihm das richtig gestellte Gebet in perfechter Art und Weise vor. So bat nun der Vorsteher, nach längeren Grübeln, den Mantra wieder so falsch zu wiederholen, wie es der alte Sadhu immer getan hat. Und am nächsten Tag, siehe da, Dakuji war wieder mit ihm. Der alte Sadhu hatte das Mantra zwar falsch gesprochen, aber mit so viel Liebe und Hingabe wiederholt, dass die Wirkung viel größer war, zu dem Zeitpunkt, wo er sich bemühte, das Gebet richtig auszusprechen. Und dabei sein Herz vergaßt. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir jetzt auch unsere Mantras kreuz und quer falsch aussprechen sollen, aber es soll heißen, dass das Wichtigste dabei, die innere Haltung, unsere innere Haltung, die Liebe, die Hingabe zum Höchsten ist. Diese innere Haltung ist auch das, was der geistige Meister uns auf dem Weg mitgibt. Denn bei der Einweihung ist den meisten von uns das Mantra selbst sehr wohl schon längst bekannt. Nicht einfach diese Mantras, diese Gebete nur runterratschen und gleichzeitig noch zwei, drei andere Dinge parallel im Kopf zu haben. So funktioniert das leider nicht. Diese Mantras wirken wie Medizin. Es ist nicht einmal so wichtig, dass wir den Sinn dieser Mantras verstehen. Sie wirken in richtiger Haltung ausgesprochen, immer. So wie das auch gute Medizin tut, auch wenn wir deren Inhaltsstoffe nicht kennen. Natürlich wird das Ganze noch schöner, noch intensiver, wenn wir dennoch verstehen, was wir da singen und darüber meditieren können. Das ist Ekstase. So lasst es uns eintauchen in den Nektar-Ozean der heiligen Namen, in diese transcendentalen Klangschwingungen, die nicht verschieden sind von Gott selbst. Und wenn wir mit weit geöffneten Herzensdüren singen, wird das auch spürbarer. Alles der wird aus dem Mann singen, bevor jeder Namen einlässt. Und zwar ein einfaches Heradika, Hemadava, Chastis, beziehungsweise andere Namen von Krishna dazwischen. Eradika, 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 Eradika. Eradika, Eradika, Eradika. Eradika, Eradika, Eradika. Eradika, Eradika, Eradika. Hei Radhika Hei Madhava Hei Madhava Hei Radhika Hei Radhika Hei Radhika Hei Radhika Oh Hei Radhika 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 Amen. 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 Das ist unser wunderschönes Lied von Shivalapacharya. Das ist ein großer Vaishnava Acharya und ein Zeitgenosse vom juntana Mahaprabhu- Jonathan Chris нравится. Das ist eine englische Übersetzung. Das ist einfach, der hat Krishna in seiner Babyform in erster Linie verehrt. Und wer da drüberschaut ins Englische, er ist einfach in Ekstase. Er schreibt, er schreibt, oder er sagt, Shri Krishna, Gopal, seine Lippen sind süß. Sein engelhaftes Gesicht ist süß oder schön. Seine hypnotisierenden Augen sind süß. Sein gefühlvolles Lachen ist wunderbar. Seine bezaubernde Ganga ist so lieblich süß. Alles um den lieblichen König, alles um ihn herum ist sweet. Und wir versuchen das, glaube ich, jetzt mal gemeinsam. Ui, schauen wir mal wieder. Untertitelung des ZDF, wurde vom, dem, 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 dem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 His Gopas, Kaha friends, are sweet, his cows are sweet, his hurling stuff is sweet, his creation is sweet, his dreading is sweet, and his accomplishments are also sweet. Everything in about the theme of sweetness is sweet. Let's do it for 24 hours. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare, Hare Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishnah, Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Rama Hare, Rama Rama, Rama Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare, Rama Hare, Rama Rama, Rama, Rama Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Rama Hare, Rama Rama, Rama, Rama Hare, Rama Hare, Rama Hare, Rama Hare, Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ramm произwerte Amen. 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 Krishnam, Hare Krishnam Krishnam, Krishnam, Hare Krishnam Hare, Rama, Hare Krishnam Rama, Rama, Hare Krishnam Krishnam, Hare Krishnam Krishnam, Krishnam Hare, Rama, Hare Krishnam Hare, Rama, Hare Krishnam Rama, Rama, Hare Krishnam Amen, please stop us, love you. Please stop us, love you. Amen, please stop us, love you. Amen, but I'm not, love you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. Das war's. 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 Das war's.